Was ist denn da vorne? Ein Auto. Ein Auto? Wo? Da, ja. Da, ja. Ich sehe. Da, ja, nein. Oha! 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 Was ist da los? Der steht doch auf der falschen Seite, ne? Na ja. Ich dachte, der kommt auf uns zu. Ich folge vor euch in der Gegenwart. Er wieder mit der Tür hier. Ja, Mann. Einmal aussteigen, bitte. Herr Eiernacken. Dann würden Sie mal bitte das Fahrzeug verlassen. Polizei verruhen. Einmal das Fahrzeug verlassen, bitte. Wir haben keine Zeit, Mann. Steigen Sie mal bitte aus. Sie haben drei Sekunden und dann machen wir ernst. Du machst mal den Motor aus. Dann haben Sie aber Glück gehabt. Sagen Sie mal, Johann Mann. Sind Sie vertraut mit der, äh, alles Verkehrsordnung? Ja, meine Herren, das bin ich. Der ist halt die Verbot. Was ist denn das hier für ein Schnatter? Das ist erstes mal nicht Großbritannien. Das ist die falsche Seite. Sehen Sie das hier? Hier ist falsch. Hier drüben waren Sie. Hier ist richtig. Sollen wir das mal üben, oder wann? Da ist es so dunkel auf der Seite. Dann machen Sie da mal Licht. Dann machen Sie da mal Licht. Dann machen Sie Licht hier. Werden Sie? Da, Licht gemacht. Hier ist markierte Seite. Hier dürfen Sie stehen. Herr Eiernacken. Herr Eiernacken. Sie kennen das ja, wo Sie hier auf diese Insel eingekommen sind. Wie wir üben das jetzt. Sie setzen sich jetzt noch das Fahrzeug. Ich fahre nochmal 5 Meter zurück. Und dann üben wir hier einparken. Ja? Ich stelle mein Fahrzeug jetzt auf die richtige Seite. Und dann parken Sie rückwärts bei mir ein. Ja? Okay. Sollen wir den kennengelernt? Ja, rückwärts. Dann wollen wir mal ein bisschen, ne? Geh mal weg da, bitte. Mach mal los. Ja, mach's aber. Schön langsam. Ja, was machen Sie denn da? Sie sollen davor einparken und nicht da hinten. Einmal reden wir französisch oder mal? Einmal umdrehen und vorne vor das Auto setzen. Und dann rückwärts einparken. Nein, mit der Eiernacken. Herr Eiernacken, Sie sollten rückwärts zurücksetzen. Dann fahren Sie an uns vorbei, 5 Meter. Und dann parken Sie rückwärts ein. Ich weiß nicht, das ist schwer. Soll ich nicht gleich abnehmen oder was? Sollen wir das noch mal kielen? Warten Sie mal, ich mach Ihnen das jetzt mal vor hier. Ja, aber doch nicht so. Mach Ihnen das jetzt mal vor. Ich bin jetzt Ihr Fahrzeug, ja? Passen Sie auf. So? Ne, ne, ich weiß wo das Problem liegt. Und dann werden Sie hier drehen. Ja, Herr Dizzy. Entsparen Sie sich das. Sie wissen auch, wie das damals mit in Kavala war. Über die Straße. Aber man muss das erst vormachen und dann lernen dann die Jungs. Ach so, ja. Ich steig jetzt ein. Du bist, du bist quasi... Herr Dizzy, Herr Dizzy, Sie machen ungefähr so hier das andere Auto. Ja, hier wo ich jetzt stehe. Das ist jetzt ein anderes Auto. Okay. Und ich steig dann einmal ein und dann zeige ich Ihnen, wie ich das meine. Ja, okay. Ja. So, Herr Eiernergen, wir demonstrieren nun mal, wie das gemeint war. Ja? Mein Kollege sieht wieder überhaupt nicht durch hier. Oh, oh, ja. Du sollst schon noch stehen bleiben. Ich bin jetzt... Sie müssen sich vorstellen, ich bin jetzt ein Fahrzeug, junger Mann, ja? Ja? Ein bisschen blau, ein bisschen mehr Platz brauchen. So, und ich bin das andere Fahrzeug, also ich bin jetzt quasi Ihr Fahrzeug, ja? Ich fahr jetzt an dir vorbei und setze zurück, ja? Ey, Alex, warum hab ich ein Bad? Einfach, weil ich's kann. Das hat grün-leuchtig, das hat so grün. Ach Gott, da hat er einen draufgeworfen. Ich bin dann gleich bei der... So, bitte achten Sie ganz genau, wie mein Kollege nun das Fahrzeug hier einparkt, ja? Uh, das war knapp. Ja, ein Traum, ein Traum. Ja, sehen Sie, sehen Sie? So geht das. Und jetzt stehen Sie auch hier wieder auf der richtigen Seite. Eiernacken, können Sie bitte mal aufschließen. Wir haben Ihr Auto abgeschlossen. Eben war's, Herr WB. Sehen Sie, wie ich das jetzt meine, ja? Ich stelle jetzt das Fahrzeug auf Ausgangsposition und dann machen Sie das nach. Haben Sie noch Fragen dazu, Herr Eiernacken? Nein, die habe ich nicht. Gut, gut, dann machen Sie das bitte richtig jetzt, ja? Machst du denn da schon wieder? Das sind aber keine fünf Meter. Und tüdeln Sie mal nicht rum hier. Ja, ich hab das abgemessen. So, ich mach jetzt hier das andere Fahrzeug. So. Sie gehen jetzt an Bord, ja, steigen ein und dann machen Sie mal nach. Ist klar, gucken Sie mal nach dem Namen, schreiben Sie... Wenn Sie mich überfahren, ne? Wenn Sie mich überfahren, dann ist die N-Rage. Äh, dann ist er gut. Wenn Sie mich überreagieren. Drück in die Daumen. So, komplett gechillt, ne? Jo, jetzt so gut. Ja, ist so gut. Ja, ist so gut. Haben wir verstanden. Was? Wenn er entsprichtet, dann ist abriss. Was? Wenn er entsprichtet, dann ist abriss. Wird Lkw-Lappen konfisziert. Und Il-Ul muss einen neuen Lkw-Fach einstellen. Naja, komm, das üben wir nochmal. Was ist das denn für ein Parken? Das ist doch nix. Was? Also hier vorne haben Sie definitiv 5 cm. Oh ja, ganz vorsichtig. Junge Mann, ich hab Sprit. Ich hab Sprit. Ganz vorsichtig hier, ja? Machen Sie das bitte nochmal. Ja, nochmal. Und dann... Ja, Eiernacken, das machen Sie jetzt nochmal. Und dann parken Sie bitte vernünftig wie ein Mann. Schön knapp am Kahnstein. Nein. Nein, 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 nein. Auf, auf. Ausgangsposition zurück. Zum Start. Zum Start zurück, Eiernacken. Zum Start zurück. Und dann... Zum Start und von vorne. Nein, 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 nein. Sind Sie verwöhlt? Was machen Sie denn da? Der ist ein Netter, ey. Der ist ein Netter, ey. Die Pulle mich lacht. Warum sitzt du einfach mit Puma im Tendel? Was ist denn hier los? Siehst du das? Ne, ne, Moment. Ich hab mich verguckt, Entschuldigung. Da sitzt mit Puma drin. Ja, sehr gut, sehr gut. Vorsichtig, ganz, vorsichtig, ganz. Ja, sehr gut. Jetzt mit Gefühl zurück. Mit Gefühl. Und gerade parken. Schön langsam, Vorsicht, Vorsicht. Ja, schön, hübsch, hübsch, hübsch. Und gucken Sie, ich stehe hier auch noch, ja? Oh, das war jetzt ein Unfall. Unfall. Kannst du mal aussteigen? Sehen Sie das, Herr Eiernacken? Ja? Ich bin das andere Fahrzeug. Sie sehen, wo Ihr Reifen steht. Sie haben mich gerade totgefahren. Beziehungsweise, wenn Ihr Auto stehen würdet, wäre die Haube weg. Ich mein, Sie sind ja vom ADAC, aber wenn Sie selber Unfälle... Das haben Sie doch nicht gesagt. Ich bin das andere Fahrzeug. Ja, der ist jetzt... Ne, ne, der ist jetzt, äh, Sie sehen Sie, der Polizeidirektor, ja? Sie sind ja auch so uneinig, ja? Ne, der, der Direktor, der Direktor dirigiert, ja? Der hat sie quasi eingewunken. Aber Sie haben doch gerade dirigiert. Ja, ja, ich bin ja... Jetzt haben wir in Position gewechselt. Ja, na gut. Pass mal auf, die in Sachverhalt. Denkst du, Mann, ich grüße dich. Warten Sie mal bitte. In uns ist hier der Direktor. Der ist... Die Bohnen, oh moin. Der fuchtelt da die ganze Zeit mit der Hand rum. Und ich weiß sie ein. Also, ich würde nochmal sagen, wir fangen mal von ganz vorne an. Entspannung ein bisschen. Vielleicht sind wir ja auch alle ein bisschen durcheinander, ja? Sie gehen zwar auf Ausgangsposition. Also, bedeutet, Sie fahren nochmal zurück, ja? Da, wo die roten Lämpchen sind, dann fahren Sie nochmal ran. Ich bin das andere Fahrzeug. Und Sie sollen zwischen uns rückwärts einparken. Also, zwischen mir und meinem Geländewagen, ja? So, fahren Sie mich tot, machen Sie einen Unfall, ist der Lappen weg, ja? Dann ist die Schluss. Ist die Feierabend. Ist die Sabbat, meine Herren. So, an alle Kollegen, wenn Sie den Herrn BPK der Sega irgendwo... Der Sega, oh. ...wenn Sie wegnehmen und wegen Fahrerflucht... ...bestrafen. Uh. Was ist da los mit Sega? Sega hat Fahrerflucht gemacht. Den hat noch nie einer gesucht, ja? Da hat er Angst zu haben. Von der Kreditbank. Und das von der Kreditbank, du. Eieieieiei. Schön nochmal zu Anfang, ganz genau. Ganz genau. Blackbird, hey. Was ist denn? Jetzt sind alle Zuschauer, denkt bitte nicht, dass alle Norddeutsche so Autofahren wie V3. Ja, sehr gut, sehr gut. So, jetzt langsamer werden. Jetzt zurücksetzen. Und bitte vorsichtig. Achten Sie auf mich. Ja, Sie haben ein Spiegelfahrzeug. Und gerade einparken. Ganz langsam. Ganz gut. So sieht das gut aus. Ja. Ja. Vorsichtig. Ja, ja. So sieht... Ja. Machst du mal ein Stück vor. Läuft. Hübsch. Wunderprächtig. Warten Sie mal. Ich messe mal. Ja, das sieht gut aus. Da kommt zwar kein Tanga mehr zwischen, aber das sieht gut aus. Sehr gut. Nö. Das läuft. Das ist okay. Das Luftabstand. Ja, ja. Dann kommen Sie mal raus. Sonst hören Sie uns ja nicht. Stehen sich das mal an. Guck, da passt noch ein Tigertang dazwischen. Ne? Läuft. Also ich fahr nochmal ran, ja? Ne, ne. Ist okay so. Bisschen geht noch? Oh, ne. Mein Auto. Ja, das sieht gut aus. Da geht noch was. Ich zeige noch mal. Ich zeige noch mal. Geh mal wieder zurück. Pass mal auf. Ich zeige noch mal, dass da richtig der Tanga dazwischen hängt. Ein Moment. So, wir kommen jetzt zu dritt in die Nähe vom... Ja. So ist gut. So ist gut. So sieht gut aus. Das ist ideal eingeparkt. So. So. Und jetzt. Jetzt musst du vorstellen. Dazwischen noch der Tanga dazwischen. Und dann ist richtig. So. Haben Sie denn jetzt verstanden, Herr Eiernacken, was wir Ihnen gerade beigebracht haben, ja? Hey, Matthias, ich küsse dich mal moin. Ja, einen Hauch von nichts. Das hört sich immer sehr gut an. Ja, aber dann haben wir... Aber es war ja ein Hauch von nichts, ja? Also sprich, er hat ja gar nicht gesagt, dass er gar nichts gelernt hat. Nur so ein bisschen hat er hat gelernt, ja? Und das ist ja schon sehr viel. Also für den ADAC-Magger ist das schon sehr viel. Einparken ist auch nicht alles. Junge Mann, wir machen uns hier gerade zum Löffel für Sie. Machen hier extra eine Schulung fürs Einparken. Und dann sagen Sie, Sie haben nichts gelernt. Ich hab nicht gesagt, dass ich nichts gelernt hab. Das hat er nicht gesagt. Junge Mann, Sie haben gesagt, ein Hauch von nichts. Und ein Hauch von nichts ist fast gar nichts. Ja, aber das ist so ein bisschen was. Ja, fast. Mann, Mann, Mann. Also da bin ich bei dem ADAC-Magger... Also da bin ich auch bei dem ADAC-Magger auf der Seite. Also da kann ich jetzt nicht, ne? Und hier... Aber wer Disi auf dieser Seite, ne? Wo ich bin, gibt's... Dort gibt es Bocker zur Belohnung, ne? Also da müsste ich jetzt scheiden, ob sie auf ihrer Seite bleiben wollten oder auf unsere Seite kommen. Das ist jetzt schon die dritte Bocker im Dienst. Der ist nur am Fressen. Ich hab drei Wochen nur Salat gekriegt. Das muss. So, ich verteil jetzt Bocker. Kannst dich entscheiden, du den willst. Ich kann auch hier stehen bleiben und Bocker essen. Dankeschön. Na ausnahmsweise. So, dann lasst euch das schmecken, ne? Danke, dass du da warst. Ich muss echt trinken und essen, deswegen... Ja, du? Ja, ja. Elf Bockwurst mit Pommes in der Hosentasche. Ja, hübsch, hübsch. Elf Bockwurst mit in der Hosentasche? Haben Sie schon mal überlegt zu fusionieren und eine große Bockwurst draus zu machen? Mit Sam von Seth? Na ja, so eine Partykette wollte ich mir draus machen, ne? So eine Mini-Mini-Würstchenkette oder ist das mehr Maxi-Kette? Genau, genau. Mehr Mini oder Maxi-Kette? Nee, das andere Hoto kannte ich nicht. So, jetzt lass mal von dem Essensthema wegkommen, das krieg ich gleich richtig Bock. Herr Ayanang, Sie haben mir jetzt quasi schon mal ein Auto aufgebockt, ne? Oder ich hab Ihnen ja geholfen dabei. Dann sind wir uns hinten die Reifen wechseln. Da ist ein bisschen wenig Profil drauf. Und dann vergessen wir die ganze Geschichte mit dem Falschparken, ja? Ja, weil das... Ich hab hier hinten, guck mal die Felge an, die ist doch komplett durch. Ich hab den... Ich hab die Schranke vom gestiffen. Ja, noch drauf. Ja, noch drauf. Ja, genau das ist das Ding. Niese Verfolgungsjagd ist halt feiern. Also, ich würde das nicht machen, Herr Ayanang. Das Ding läuft doch... Das sieht ass rein aus. Oh, die Mama. Ich würde das auch nicht so machen. Also, ich seh noch alles dran, da muss nichts gewechselt werden. Herr Mutts, sind Sie vielleicht... Sie haben das ja nicht anders gewollt, ne? Herr Mutts, machen Sie bitte keinen Fehler. Sie wissen nicht, was der Reion hier zukommt. Also, ich seh da gar keinen Reifen. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade meine letzte Repair-Kit verbraucht, ja? Ja, wie? Wollen wir jetzt erzählen, Sie parken falsch, arbeiten beim ADAC und können uns nicht helfen? Ja, der hat Bekanntschaft mit der Leistung. Also, quasi unterlassene Hilfeleistung? Ja, um ein neues Repair-Kit zu bestellen, ja? Das ist unterlassene Hilfeleistung. Sie wissen, was dann passiert, ja? Drei Stunden wollen zum Auto wieder sitzen. Die unterlassene Hilfeleistung. Ja, Sie wollen mir jetzt nicht helfen. Ich habe quasi... Jetzt bin ja in Not. Ja, das kann ich ja gerade nicht. Ja, aber... Wollen ja quasi nicht. Fünfpunkt fahren wir neu hin, die neue Repair-Kit kaufen. Herr Dizzy. Was machen wir da? Ja. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Die verstanden sich hier, aber alles in Ordnung, wir sind genug. Hören Sie jetzt einfach mal an meinen Koffer rum rum? Herr Brain einmal bei Luftunterstützung bei Herrn... Bist du noch da, oder was? Ja, ja. Ich mache jetzt diesen Punkt wieder leise, weil jetzt geht er auf den Sack. Ja, dass der Herr Brain bei Ihnen die Luftunterstützung macht. So, Herr Eiernack, ich habe jetzt offiziell über Ihr Diensttelefon Sie angefordert für Reparatur. Ja, ja. Ja, wir sind hier vom Diamantenhändler. Ja, wir sind hier vom Diamantenhändler. Ich habe sie jetzt offiziell gerufen. Also, sehen Sie mal zu, dass Sie da neuen Reifen dran tüden. Warte mal, Moin. Hat Ihr Handy eine englische Tastatur? Warum? Dass Sie kein R schreiben können? Äh? Das liegt daran, ich habe Ihnen das A verboten. Dann kann er kein R mehr schreiben. Nee, aber so... Ja, ey, habe ich sowieso nicht. Das ist immer so... Mit dem Schmielfon, da sind immer nur... Wissen Sie, der macht immer so Autokorrekturen, oder wie das heißt. Dieses automatische T9-Geschlapper, oder was er da ist. Und... Ja, ja. Und dann macht er immer Äh draus. So, jetzt eine andere Geschichte. Hey, MegaBirden, ich grüße dich, Moin. Und Danax und Nerd, ich grüße euch auch. Was ist denn jetzt die andere Geschichte? Ja, was ist denn da? Sind das zwei Personen gewesen, ja. Haben Sie jetzt da ordentliche Reifen drauf gemacht, oder wie diese Michelin-Dinge da? Ja, das sind zwei Personen. Da habe ich ordentliche Reifen drauf gemacht. Diese Pirollos. Wenn ich das mir so angucke... Wenn ich mir das so angucke, ja... I'm out! Den Reifen. Herr Mutz. Herr Dizzy. Den Herrn Mutz. Den Reifen. Entschuldet der Herr Mutz. Und der Herr Dizzy. Wie noch ein Fünfer. Was? Passen wir auf. Also, falsch parken, nicht einparken können, das sind schon zwei Fünfer, ja. Also kriegen wir quasi ein Fünfer von Ihnen. Falsch parken, hallo, ich bin in die Natur gefahren. Wir machen das heutzutage noch. Ja, aber doch nicht mit einem Panzerwagen. Was ist denn los? Panzerwagen, das ist ein kleiner Lkw-Train. Jetzt werde ich richtig über meinen. Also quasi... Also quasi so ein Käfer. Dregger halt, ne? Ja, so ein Käfer, meiniger. Was ist da? Dregger? Das ist doch kein Dregger, oder was ist das? Ne, aber ein Käfer. Das ist doch... Dregger hat doch keine Achterwagen. Kennst du die von Volkswagen? Diese Käfer? Das ist halt ein bisschen größerer Käfer. Ich kenne muss Wartburg und Trabant. Da kommst du aus der falschen Ecke. Ja, also, ne? Als die Mauer weg war, da gab es noch andere Autos. Wir haben hier immer noch eine Mauer, junger Mann. Wir haben nämlich eine Sprachblockade. Ich wollte sagen, geil. Wir haben hier eine Anziationsstörung. Sie wollen jetzt von uns eine kleine Fünfe haben für ihr Werkzeugkasten, weil sie da jetzt neue Porelli reinbringen. Den er wahrscheinlich auch noch aus meinem Kofferraum raus hat. Ich kann ja mal nachgucken. Gucken Sie mal nach, Herr Muzja. Gucken Sie mal, ob wir noch genug Werkzeugkisten haben. Ja, hab ich gesehen, extra Welt. Ich fahre jetzt in 6 Reifen. Ich komm von den ganzen Bockwürsten. Ne, ne, ne. Guck dir das mal an. Der ist gar nichts gerissen. Der ist nur hauteng. Oh, ekelhaft. Ekelhaft. Bloß nicht hingucken. Das ist ekelhaft. Ich verstehe das jetzt gar nicht. Du normalerweise bist du doch davon immer so erotisch angemacht. Er hat dich voll gespuckt, Mann. Ich hab nur ein bisschen Ausfluss aus dem Mund. Er hat dich angespuckt. Er hat mich angespuckt. Ey, hierher Eiernacken. Hast du mir gerade zugehört? Ne, ne. Wie soll ich denn so weit gespuckt haben? Sie haben doch eben gerade gesagt, dass sie Druck auf dem Tank haben. Oder hab ich das vergessen? Falscher Scham. Weil sie so viel Bockwurst drin haben. Seben, Herr Mutz, ist die Hose aufgerissen. Ach so. Oh, verzeihen Sie doch, Mann. Ich dachte, sie haben den Überdruck von der Bockwurst. Dizzy, guck doch mal. Der ist nicht aufgerissen. Warte. Lass mich das mal schnell... Ja, doch. Da ist... Oh, oh. Das... Ihh, du hast graue Schleppe an heute. Ihh, Feinripp-Dinge. Hast du keine Ahnung gefunden? Das sind doch die guten. Aber... Ich hab doch neue Uniform. Und wenn ich die neue Uniform quasi... Kollegen kommen. Achtung, Vorsicht. Wir müssen gleich ins... Wir müssen gleich ins... Wir müssen noch mal ins Revier. Also wenn ich die... Du brauchst neue Klamotten. Nee, nee, nee. Weißt du? Du kannst ruffahren und dann büxt du dich noch so. Da kann dir jeder bis runter nach Timbuktu gucken. Na gut, dann setze ich mich ins Auto und dann mach das zu Ende. Werden jetzt eh gestört. Jetzt können wir richtig auf den Sack. Weil wir hier wieder rumtüdeln. Junge Kollegen, was haben sie denn? Was ist mir passiert? Ja, Herr Eiernacken, das ist eine ganz komische Geschichte. Das ist wieder... Da war Harry und Potter. Nee, Quatsch. Aber hier Herr Eiernacken hat falsch geparkt. Dann hat er ein paar Dings gekriegt, Schulung. Und dann erzählt er uns wieder was vom Pferd. Dann hat er Bockmus gegessen. Herr Mutz ist die Hose gerissen. Und dann hat der Manfred Eiernacken Herr Mutz belästigt sexuell. Und das muss mir jetzt irgendwie alles klären. Aber wir sind jetzt... Was? Was? Er hat die doch auf dem Hintern gestarrt. Ja, das mochte ich doch aber so gerne. Ach so, ja dann doch nicht. Junge Männer, Verzeihung habe ich falsch verstanden. Also ich glaube, wir haben einfach nur ein Problem mit dem Einparken gehabt. Aber das haben wir jetzt geklärt zu sehen, ja. Eiernacken, dann gehen Sie mal beiseite. Wir haben das hervorragend gelöst, ja. So parkt man ein, ja. Schön hauteng. Ja, sieht man, ja. Also so kenne ich das aus Tokio. In Hamburg machen wir das auch so. Normalerweise würde jetzt noch ihr Wagen quasi hauteng hier nebenstehen. So zweite Reihe technisch, ja. Und dann sind wir voll in Hamburg, ja. Ja. Herr Disi, wir kümmern uns mal um den Hammingbott da hinten. Ja, machen Sie mal bitte, Junge Männer. Wir sind hier auch gleich fertig. Wir unterstützen Sie gleich. Viel Spaß, lassen Sie uns nicht anschnacken, ne. So Herr Einhaken, fahren Sie jetzt mal. Wir machen das hier, wir brechen das. Ja, ich mach nochmal den Fünfer klar hier und dann ist Abfahrt. Mann, Mann, Mann. Wir tüdeln hier wieder 10 Stunden rum, nur wegen so'n Scheiß hier. Schiedkram war nicht. Kühlt, kühlt. Ja, der kühlt. Da war auch mal ein letzter Fünfer, ne. Oh, danke schön, danke schön, der Mut. Gut, gut. Dann werden wir jetzt mal weiter, ne. Alles klar, Herr Einhaken. Schönen Tag noch. Ne, falsche Auto. Wunderprächtig. So, wir müssen die beiden Kollegen nochmal kurz belehren, diese haben nämlich falsch geparkt. Nein. Doch. Echt? Ja, klar. Falsch rum. Mit Lampe und alles, ne. Ja. 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 Ja.